wir müssen zurück zu königin machen die schwarze hand war dort ich kann es spüren so jetzt dorthin ok jetzt will ich nur die schwarze hand wissen wir wer ist der was sie macht so ich bin deine vergeltung ich werde frei warum kennst du wir werden alles zu sein für immer bald kilibrim bald garstige biester sie wollten dies ein schatz doch wir stahlen es von ihnen zh 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 Oh oh. ARD Text im Auftrag von Funk Dreckige, kleine Diebe! Dieb! Dieb! Er gehört ja schon immer. Wo verstecken Sie es? Wo? Verschwinden. Der Schatz gehört uns! Uns! Sauron weiß, dass wir hier sind. Lassen wir ihn nicht weiter warten. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee... Geht um die Wurst, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin gekommen, Herr der Geschenke! Erste Kralle der Hand... Let's the party beginn, meine Lieben. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war Nummer 1. Willst du darum flehen? Einfach ins Feuer des Schicksalsbergs geworfen zu werden? Führte gerade der Hand ist schon tot. Führte gerade der Hand. Dritte Hand. Und komm zurück zu mir, Elbenherr. Erklimme. Das schwarze Tor. Okay, wollen wir machen. Ich bin durch da. Es wird so enden, wie es begann. Mit Schatten und Flammen, die auf das schwarze Tor fallen. Der Hammer und der Turm sind tot. Sauron ist noch immer schwach. Ohne die Macht des einen Rings oder der des Ringmachers kann er keine Gestalt annehmen. Er bleibt in Mordor gefahren. Ich habe ein Geschäft für dich, Celebrimbo. Kommt! Mach! 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 Ah! 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 Oh. 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 Okay. Make me meet. Oh man... I can't wait. I can't wait! Oh man, that's good. Quick time events. Die schwarze Hand Saurons ist tot. Die Ufer dieser Welt rufen uns. Dies ist nicht länger unsere Schlacht. Ich wollte ihn bekämpfen. Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Das war's. Danke fürs Zusehen. Ja, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Es werden vielleicht noch in weiteren Folgen kommen, eben wo wir die Meme-Fest noch spielen machen. Wenn nicht, dann verabschiede ich mich. Und es gibt dann einen Teil 2, wie ihr alle wisst. Wir werden den auch irgendwann sehen auf meinem Kanal. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Und jetzt noch hier die Credits. Und jetzt noch hier die Credits. vor dem Moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020